Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nicht wie hier gesehen, die Siegerin direkt verlinziert, sondern es gibt nur die Zeit, die sechste Zeitschmerzen sind heute wieder dabei und das hier eine ganz heiße Manilante. Und das hier, die Siegerin im ersten Vorlauf, 4 Meter, der kommen die Uhr stoppt vor, also bei der Linie mit 53,77 Sekunden für die vierte Meilerin.